11. Kurs In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen, auf die B75, Bundesstraße, dann links abbiegen. Wann ist der zweite, siebte, zweite, 58? Jetzt rechts abbiegen, dann links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Nur auf die Hölle, die rechts lagen, dann links abbiegen und rechts abbiegen. Alles wird sicher schon weiter. Alles wird aus wie die Kläranlage. Das wärs. Das wärs.